Okay, wenn ihr eine Erinnerung von Brasilien mitnehmt, Kauf und Flug und Auge, die euch euer ganzes Leben lang bleiben wird und von denen ihr noch eurem Enkeln erzählen werdet, was ist das? Schweinewagen! Jochen! Definitiv Schweinewagen! Nanananananananana Nanananananana Hallo miteinander! Voxklug hier aus Brasilien. Hier noch ein kleines Bonus-Mitbringsel vom anderen Ende der Welt, das wir einfach nicht vorenthalten konnten. Das ist eine bleibende Erinnerung? Das klingt wie bleibender Schaden. Man nennt es hier den Schweinewagen. Schweinewagen. Aber seht selbst. Vamos la Schweinewagen! Wir haben den Sloster verpasst von dieser Fernsehsendung und Schweinewagen war schon dran. Die Schweinewagen sind nur für eine Parade der Schweinewagen, die man hat getanzt. Die Frau, die netten Frau. Die Schweinewagen sind nur für eine Parade der Schweinewagen. Warum Schweinewagen? Das war die Kombination der Farbe dieses Wagens, des Schweinekopfes, der vorne an diesem Wagen war. Der Wagen, der Schweinewagen hieß. Das Lied, was in Endlos Life lief, das hört sich an ja auch. Sie haben immer mitgetanzt. Das war so ein bisschen Eigenkreation, aber trotzdem alle ähnlich. Die Dirndl der Frauen ging, glaube ich, bis hier. Da war es so Dirndl-mäßig und dann oben diese Bluse. Und bei den Männern, das waren Stofflederhosen. Die waren alle aus Stoff, waren aber so genäht, als wäre es eine Lederhose. das war so zu grated. Die Spanion Und im Aber cry Schweinewagen Wuhuuu! 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 Ein Hilfs! Wuhuuu! Du schmuck wie du wachst! Ja ja ja! Du meinst ganz so Lotto! Oma! Schweine Wagen! Schweine Wagen! Schweine Wagen! Also wenn es uns schlecht geht, tanzen wir Schweine Wagen! Ich versprich euch! Ich werde das recherchieren und dann für uns umsetzen, damit wir nächstes Jahr dann damit die Charts dieser Welt verstören! Hand auf! Hand auf auf Schweine Wagen! Wops Club auf Schweine Wagen! Bravo! Ja, so schnell geht's! Das Video ist leider schon wieder vorbei, aber natürlich, wenn ihr noch mehr von uns seht, dann könnt ihr einfach hier drüben klicken, da gibt es noch mehr Geschichten von uns! Oder einfach hier unten dran ganz viele Videos von uns! Und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr irgendwas Nettes schreibt! Hier unten einfach einen netten Kommentar hinterlassen oder einfach das berühmte Like! Servus! Schweine Wagen! Dürfen! Schweine Wagen! Gerechen Wagen! confirm im Holding! Hervorl – Nein! $ и üb, 인pleist! Ratsวย – Dat Rus ¡H follow! Chu 연 get started!